hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen part von let's play rogue company heute bin ich nicht alleine unterwegs sondern in begleitung und zwar w hallo ja so wir warten hier noch bis wir in die runde dodgeball reinkommen und dann geht die action auch gleich los okay also ist klein und ja ich würde ganz gern feindern nehmen ja spiele ich mal spiel mir mal ronin sehr schön also ja im dodgeball modus da hatte ich bisher glaube ich keine runde wo kein sniper in den teams war also so sniper scheinen hier ganz gut zu sein ja ich habe ja auch eine runde gespielt und da haben wir auch ja ich hoffe dass ich so einigermaßen gut abliefern kann mein fazit da ist nicht dass das grandiose gameplay gameplay auf jeden fall würde ich jetzt nicht rauchen oder nicht keine dauerung ach wo bist du ich bin da ja so ungefähr wenn das eigene team einen kill erzielt dann respawn ja und du bist gerade der letzte die hoffnung liegt auf dir wo der kommt aber das mit dem wiederbeleben habe ich noch nicht gewusst dass das so funktioniert ja also am oben bei den ähm hier charakter icons da stehen ja auch immer so zahlen so 1 2 3 und in der reihenfolge respawn man dann auch so von rechts da war glitsch und links somat immer mal quedar ich hab noch nie hab noch greater du waur ab ja ja uns nicht cart ich bin und ich das Komm schon. Ja, ein Hit. Nice. So, da solltest du wiederkommen. Ja. Jo, und alle sind hier. Alle sind hier. Ja, verdammt. Okay, dann komm ich mal. Besser nicht hier. Oh, hier ist, Achtung, hier ist Phantom. Ah, der Edge hat mich geerbt. Ah. Oh mein Gott. Ja, ganz gut. Du hast ihn noch gefinisht. Ja, immerhin. Damit die andere respawnen kann. Ja. Oh. Oh. Schade. Ah. Knapp. Knapp. Egal, die Runde holen wir. Denn jetzt habe ich eine Granate. Die haben mich schon angeschossen. Das muss ich wissen. Okay, von links kommen sie. Ja, ja, ich habe sie gemeldet. Ja, der Granate. Das war schlecht. Ja, ich bin nackt. Oh, danke. Okay, irgendjemand. Der Saint hat mich wieder beliebt. Und da bin ich wieder tot. Komisch. Aber wir haben gewonnen. Genau. Das ist die Hauptsache. Hauptsache gewinnen. Ja. Oh, sehr schön. Ich muss sagen, Ronin habe ich immer am Anfang des Spiels viel gespielt. Ja, Ronin ist auf jeden Fall für den Anfang immer eine gute Wahl. Ich sehe gar nichts. Ach. Ach, schade. Ja gut, das war aber eine wirklich sehr, sehr schwere Situation. Ja. Okay, von links wieder. Ey. Das gibt's doch nicht. So, Headshot. Und noch ein Treffer. Von links, von links, von links. Und jetzt ist der letzte unterwegs. Das ist irgendwie schade. Nein. Den hat er fast. Finish ihn. Oh. Oh. Hey, come show them. Night! Ah. Verdammt. So. Hast du mich vorher nicht gehört? Nein. Was war denn los? Ja, das... Ähm, das ist mir vorher gefallen. Und dann... ist das Kabel ein bisschen... ausgeliefert gewesen. Und ich hab's halt nicht länger. Naja. Ich bin jetzt wieder da. Yo! Und hier sind alle. Oh. Ja. Und wir sind nur noch zu dritt. Oh. Wir sind... Oh. Das war eine interessante Runde. Ja, gut. Immer kann's nicht... so sonderlich gut laufen. Ja. Tja. Gut, dann... würde ich sagen... hängen wir noch eine Runde Zerstörung hinten dran. Genau. Weil das war dann doch etwas kurz. Hm. Wie lange? Zehn Minuten. Also so... acht, neun Minuten ungefähr. Ja. Eine kurze Runde. Ja. Ja. So. In den Favelas. Haha. Ja, gut. Ähm... In den Favelas... In den Favelas haben wir ja letztens bei dir im Part... ähm... einen Sieg davon getragen. Ja. Das, was ihr schon vielleicht... Ja. Aber vielleicht schaffen wir es hier ja auch nochmal. Ja. Das ist unsere Map. Ja. Okay. Oh, wir müssen angreifen. Okay, ne? So. Wir müssen angreifen. Dann nehme ich mal... Äh... Hier. Wo ist er? Wo ist er? Da. Nein. Hier. Chuck. Wow. Okay. So. Der Glitch. Der ist ein bisschen platisch. Ja. Das ist auch... Glitch ist eine wirklich gute Wahl. Ja. Eine schöne Maske. Das finde ich cool. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn nur wegen dem Design gekauft habe. Oh, die haben auch einen Glitch. Interessant. So. Und wir haben Dahlia im Team. Das ist schon mal gut. Weil, ähm... Die anderen, habe ich gerade gesehen, die hatten keinen Heiler. Ja. Wir haben Dahlia. Ja. Ich ziehe eine Heilerin. Ähm, ja. Sie kann sich so, ähm... Mit einem Mitspieler, ähm... Im Spiel heißt das, glaube ich, verkoppeln. Also koppeln. Und, ähm... Das wird helfen. Dann kann sie eben den einen Spieler, mit dem sie gekoppelt hat, über die ganze Map verteilt heilen. Mhm. Und, ähm... Als passive Fähigkeit hat sie noch, ähm... Ja, eben so eine Fähigkeit, mit der sie, ähm... Die passive Fähigkeit des Charakters kopiert, mit dem sie koppelt. Ja. Okay. Ähm... Wir gehen auf den Punkt B. Ja, sieht so aus. Ja. Ich bin auf jeden Fall beim Punkt A. Das ist schon mal toll. Hä? Wer ist hinter mir? Komisch. Ah, ich habe die Pistole jetzt am Anfang gestimmt. Ich bin so komplett abseits vom ganzen Geschehen. Aber ich habe einen Kill. Sehr gut. Naja, das ist schon mal gut. Hat es immer ein bisschen Sinn gemacht, dass ich zu Punkt A gegangen bin. Okay, da kommt nochmal. Irgendwo können ich Schüsse herkriegen. Das war gerade schlecht. Das war wirklich nicht gut. Schau dir mal zu. Oh, Schüsse. Nicht gut. Der ist genau hier. Der ist genau hier um die Ecke. Ja. Und da bin ich dann. Ey. Was macht ihr denn? So, er springt einfach runter. Ich muss kämpfen bis zum Schluss. Ah. Ah. Yo. Der gegnerische Glitch hat den neuen Skin. Das ist interessant. Ja. Ja. Er sieht nice aus, muss ich sagen. Ja. Ja. Na ja, gut. Also für Glitch gibt es ja zum derzeitigen Zeitpunkt auch noch nicht so viel Auswahl. Ja. Ähm. Ja. Hast du den Battle Pass oder so? Heißt das so? Ja. Ja, habe ich. Ja. Nice. Ich weiss jetzt die andere AFK. Was macht die denn? Wird sie auch noch kommen vielleicht? Hm. Ah, sie kommt noch. Ich habe schon gedacht. ich habe die bombe aber ich nicht gemerkt aber egal das machen wir ganz einfach man sollte ich eigentlich die bombe platzieren das macht am meisten sinn ja vorsicht ok da oben und habe ich gesehen und so den habe ich das ist glitsch und das ist auch das gute gameplay alles optiken auch in dem moment auswächt so und die letzte da oben und das war es nice sehr schön ja finde ich auch finde ich nice so das ist das mit dem klären startbereich das hat denke ich mit dem wingman modus angefangen und seitdem gibt es ihn einfach immer wenn man kleinere maps hat also so die dodgeball maps sind ja insgesamt kleiner als ja hier die anderen und schon wieder so schlecht stehe es nicht so ganz wieder mal der erste ach dann das gibt es doch nicht aber du kannst dich ja zum glück wieder belegen ja ok da ist einer ich warte noch bis ich voll bin und dann gehe ich hoch und 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 wo ist er nicht die axt nicht ja 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 Was macht sie mit der Bombe hier? Wir müssen die weglegen. Ach, lass sie liegen. So. Ich hab sie jetzt. Schön eingepackt. Ah, ich glaub, ich geh auf den Punkt B hin. Vielleicht. Ja, ja. Okay. Ich versuche mal mein Glück. Da ist einer. Ah, die hat auf meine Füße gezieht. Nicht nett. Oh, warte, rechts. Da ist jetzt ein sehr blöd. Ach, das waren zu viele. Oh, von drei Seiten. Oh. Ah. 45 Sekunden remaining. So. Was macht Daria jetzt? Die rennt ganz weit zurück. Was macht die? Ach, Gott. All friendly eliminated. Ah. Ah. Very nice. So. So. Woah. Äh. Ja. Oh. Ach, das ist vorbei. Oh. Ach, das ist vorbei. Hallo? Hallo? Verbindung? Hörst du mich wieder? Ja. Ah, weil... Ähm... Mein Bruder war kurz im Zimmer, da habe ich gedacht. Ah, jetzt. Jetzt bin ich wieder auf Polter. Okay. Das lag ein bisschen bei mir. Das ist nicht so schön. Ah, ich... 30 Sekunden remaining. Oh, wer sind die? Hörst du mich jetzt wieder ganz, oder? Ja. Okay, gut. 10 Sekunden remaining. Ähm... Ja, die sind auf jeden Fall sehr schön. Mission failed. They've disarmed the bomb. Äh, vorhin war es auch so komisch, bald ist gut. Ich habe mich ja stumm geschaltet. Mhm. Und dann wieder... Ähm... Ent... Stumm geschaltet? Keine Ahnung. Ja. Ähm... Und auf jeden Fall, das Zeichen war bei mir irgendwie noch da. Okay. Das schlumbeln, aber... Ja, war komisch. Aber jetzt bin ich wieder da. Korrekt. Okay. Ähm... Ähm... Gut. Ich werde dann... Ich werde dann einfach mal sagen, rushen wir einfach rein. Ach, Mann. Wie ist er dumm. Ich mag sie nicht. Ah, das war gerade schlecht von mir. Aber du lebst ja noch zum Rück. Ja... Noch. Für dein Gutes Gameplay. Für dein Gutes Gameplay. Ich muss das ja auch sagen. Ja... Das ist jetzt etwas... Irrelimatisch. Aber das wird schon, das wird schon. Ja... Das schaffen wir schon. Die andere hat es auf jeden Fall zu Punkt A gezogen. Ja... Dann versuche ich hier glitchen noch mal ein wenig abzulenken. Vielleicht schaffe ich sie ja. Ja... Äh... Die hatte nichts. Und die nehme ich. Und das waren Schüsse, die nehme ich auch. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, der ist hinten rum. Ja... Da ist er. Aber gleich haben wir gewonnen. Ja... Das sollten wir haben. Ja... Sehr schön. Unentschieden wieder. Wundervoll. Ja... Ja... So... Wie viele Wald können wir angreifen eigentlich? das ist ich habe keine ahnung das ist das ändert sich auch von update zu update kommt mir vor immer wieder kann man diese dinger die dammbo noch zerstören nein aber hier ist eine ganz nah okay das gibt es doch nicht ja aber der war rechts schade 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 naja jetzt verteidigung wie nimmst du ich weiß nicht dann werde ich hier jetzt ja da es nehmen ja wenn du willst wenn du willst ich will versuche ich es nochmals als exakt es wird interessant okay jetzt haben die gegner auch eine dahlia ja ja was nehmen wir denn da sekundärwaffen upgrade und das nicht geht interessant ja okay digi wollen zu a vielleicht ist das auch nur eine täuschung denn irgendjemand kommt schon zu b hoch ich muss sehen ich muss sehen ja hier hier bei mir wo bist du bei a die gehen zu a ich habe es so gewusst uuuuuh da waren sie wo bist du bei a in im Nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon, bitte, 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 yes! Oh, ho, 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 das war knapp, das war verdammt knapp, okay. So, jetzt gehen sie zu B, aber einer kommt von A. Ja, ich schau mal, wer da kommt. Da ist sie auf jeden Fall. Ach, das war schlecht. Na ja. So. Sehr schön, sehr schön. Uh, die kommt. Ja. Und, 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 und. Da geht sie down. Eine. Eine. Ah, das war schön gewesen. Ha! Und Lancer hatte die gleiche Idee. So, da hat sich's versucht. Schade. Oh, das war's. Na gut, schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja. So, das war's. Das war die Runde. So. So, jetzt spiel ich mal Sniper. Das kann ja interessant werden. Okay. Äh, ich hol mir mal ne Brandbombe und upgrade mein Sturmgewehr. So. So. Hm. Ah, das war jetzt schwer zu sagen. Die könnten zu B gehen. A wäre aber auch nicht unwahrscheinlich. Ja. Bleibe mal bei A. Wo sind sie? Einer war bei A. Aber es muss nichts heißen. Uh, da hinten sind Schüsse. Ja. Ich glaub, es sind zwei. Okay. Uh, einer ist im Punkt. Oh. Genau im Punkt drin. Verdammt. Ah, schade. Ja. So, einer noch. Willst du entschärfen? Ja, ja, mach ich. Ja. Ähm, ja. Gerade. Aber da werde ich zum Glück direkt wieder bedienen. Und ich entschärfe und... Uh. Oh, das war jetzt auch wieder so eine knappe Situation. Ja. Ja. Aber wir haben gewonnen. Also, das zählt ja. Ja, das ist das Wichtigste. Genau. Hm. Tja. So. Jetzt gehen sie wieder zu B. Ja. Okay, okay. Schau mal. Use como wird. Ja. Okay, das haben die Bomben, die Bomben. Nee, sind nicht. Ja. Letzter Gegner. Und das war's. Wundervoll. Ich bin gerade tot. Perfekt. Ich habe gar nichts gemacht, aber die Runde, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Also die Runde läuft jetzt wieder gut. Ja. Ich wollte eigentlich von hinten kommen und sie dann überraschen, aber da war niemand mehr dort. So, jetzt. Potenziell letzte Runde. Ja. Okay. Oh, die gehen glaube ich zu A. Oder wollen sie rauf? Nein, die gehen zu A. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Direkt im Punkt bei A ist eine drin. Okay, sie ist weg. Hallo, eine gesniped. Nice. Ah, doch da drin. Ich weiß, wer ist. Okay, ist aber der letzte. Ja. Wo ist er jetzt? Was ist das? Das ist besser. Sehr schön. Und das war's. Gewonnen. Nice. Sehr schön. Ja. Gut. Ciao. 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 Ciao.